Jahrestage Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Orbit. Am 20. November 1998, da ist es geschehen, da sahen Astronauten voller Begeisterung das erste Modul in den Orbit schweben. Und seither schaut euch an die internationale Raumstation, sie wächst ja immer weiter und sie ist ne Sensation. Seit 23 Jahren bewundern wir die ISS im Orbit. Sie schwebt 400 Kilometer hoch im All und erleuchtet die Lippe sehr. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, Jahrestage feiern wir, 23 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, 17 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, 22 Jahre, ISS im Erdorbit. Jahrestage lieben wir, 22 Jahre, ISS im Erdorbit. Vielen Dank.